Ja, und herzlich willkommen zurück zu... ...KOWLOW! Und weiter geht's in... ...der Zerstörung der Menschen. Und wir brauchen ein bisschen was zu fressen. Wir haben viel verloren. Viel Körpermasse verloren. Und wir sind hungrig nach neuen Menschen. Nach leckeren Menschen. Okay, was passiert denn da jetzt? What? Sind wir ein fucking Mensch? Interesting. Man muss nicht verstehen, was hier... ...rührt sich nicht. Was hier passiert. Okay... Ich habe keine Ahnung, wieso wir jetzt... ...innenkörper von den Menschen sind. Aber da können wir noch was untersuchen. Etwas Vorsicht. Vorsinn... ...sintflutig... Was? Vorsintfluchtiges Moos. Aber wenn wir Sachen untersuchen können... ...kann ich oben auch was untersuchen. Obwohl wir da jetzt... ...ganz nach oben gehen. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube wir sind Wissenschaftler. Und uns suchen wahrscheinlich jetzt hier... ... 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 links eine tür die nichts zu sagen hat sehr viel platzieren why not ich würde da weg gehen eine nicht identifizierte art röhren was eine strukturlose masse aus knochen und trockenem gewebe dann machen wir mal wieder das rad spielt die erste rückblick grenzgebiet ödland eine weitere tür öffnet sich um mehr menschenfleisch zu frisst ich muss ja sagen ich finde es cool wie man dieses bewegt weil es ziemlich so flüssig ist jetzt können wir hier was drücken ungesicherte minenschächte vorsicht hinein quetschen machen wir gleich waren wir hier schon das sieht so aus ja doch dann quetschen wir uns da durch gehen in die minen wahrscheinlich da ab nein du das du Das ist so gut, wie wir diese schönen Menschen fressen. Leckeres Menschenfleisch! Irgendwas brauchen wir noch, um das Holz zu zerstören. Vor Gefahr, tiefe Schächte, nicht laufen. Okay, links ist was? Holz speichern wieder. Und unsere Biomasse verteilen. Eins von drei geöffnet. Ich muss irgendwie... Oder irgendwann mal noch versuchen, jemand leise, still und heimlich zu frissen. Eigentlich so, wie ich es hier geplant hatte. Aber das lief leider nicht so, wie ich das wollte. Autsch! Das Spiel gefällt mir. Ich find's gut, Menschen zu fressen. Das macht mir Spaß. Noch mehr Biomasse verteilen. Wir nehmen um die Kante. Sch! Wieder. Den ganzen Ort. Nein, gehört uns. Nein! Doch nicht runter! Das ist ein Schalter. Der hier nichts macht. Der hier nichts macht. Okay, weird. Dann geht's da nicht lang. Müssen wir von der anderen Seite kommen. Oder ist das ein Bug? Nein! Es gibt bestimmt ein Achievement, wenn man die ganzen Lüben zerschrottet. Ich hab das so im Blut irgendwie. Nein! Nein! Von hier kamen wir. Das war jetzt nicht lang. Kann man auch noch speichern. nicht lang. Nein! Es muss ja da weitergehen. Aber wie?! Ich speichere nochmal für Sicherheit. Es muss ja hier wirklich weit gehen. Alter! Shit! Boah, sie sind stark. Alter! Ich habe einfach die falsche Taste gedrückt. Schnell da rein, geh da rein! Oh shit! Alter! Fuck! Da muss man mit Bedacht rangehen irgendwie. Schnell weg da! Soll man das schaffen? Ich bin jetzt schon wieder fast tot eigentlich. Okay, und den kann man gar nicht essen. Das ist doof. Okay, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich bin jetzt hier gut. hinein quetschen vielleicht bringt mir das was neue dns absorbiert xiforo xifo ho beschädige schächte und holzwände schlitzgegner auf ich bin jetzt schon fast ein bisschen bevor mit der steuerung merkt man vielleicht ein bisschen so was ist das also wir sind eingesperrt müssen wir hier lang klaustrophobie dringe in die uranmine ein uranmine sicher ein dämmungseinheit durchbrochen 66 prozent was das alles bedeutet muss ich irgendwie noch ein bisschen herausfinden glaube ich kommen dann wieder zurück wahrscheinlich und da brauchen wir noch was anderes ich zerstöre jetzt einfach mal alles holz die vielleicht bringt es mir irgendwas wahrscheinlich zwar nicht aber ist egal wir sind ein richtig fettes vieh ok ja gut dann müssen wir wieder zurück nach draußen und dann würde ich sagen war es das wieder von dieser folge von vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss interacted